gar nicht wir haben einen Obergegner so aber ich bin und reingeht so ich habe jetzt 4300 850 4300 8 Klausel von 2.500 und 3 Jahre hat schon relativ gutes Werk kaufen war ja nicht wirklich wenn wir da hinkommen es wieder sein es war scheinbar und genau geschehen doch schon ich jetzt auch in diesem Leben 7 ja noch mal und man und ich kämpfe gerade in der Ratte waren ich habe sie getötet dann sagt er sagt meiner du gibst einen guten Bettvorleger ab das hat als Bettvorleger mal naja wer es braucht genau wer es braucht ein Bettvorleger braucht bitte ne leere Truhe was ist mit der Scheiße ah hatte ich auch schon mal hallo ich klicke dir an und nichts passiert ich bin fast direkt unter dir wenn du mal auf Tab drückst wies du das? ich bin fast direkt unter dir das stimmt amal amal solltet meine Träste annehmen oder an noch ruhig und schon ich bin ein paar ich weiß noch was ist ein Leidenschaftssitz ja und jetzt aber rauskommen in muss sie 18 5 2 in 3 in in 3 in 3 in in 4 in 4 3 in 4 in 4 4 in 4 in 4 in 4 in 4 was gibt es so dringendes seit Wochen haben wir kein Fleisch auf den Tisch bekommen ich überlege bereits einen Nacktschnecken auf zu servieren Nacktschnecken auf da ist das Schiff Zeichen was für den? ein Schiff Zeichen dieses Steuerkreuz ja und es wird damit sagen dass wir damit ein Schiff reisen können ah ok dann mach mal dann nicht doch ja ich habe 3100 und 35 3100 3100 3100 3100 3100 407 Gold ja ist doch so viel ne ist für wenig deswegen sagt er doch so viel ach so ja für die Urinie nicht aber tröste dich ich hab nur 4585 hier ist einer der Macht als Belohnung 923 Gold ist eine Zwei-Sterne-Aufgabe ja vertreiben vertreibe die Diebe von der Kran von von der Kran achso der Schiff dem Schiff von der Ponderosa andauernd werden nenn mal an den Docks hat das Verbrechen über Hand genommen andauernd werden Lagerhäuser ausgeraubt doch die neuesten Masche die neuste Masche ist es die Ware direkt von dem Schiff zu stehlen gestern wurde einer der Banden dabei überrascht und bestellt doch die Burschen haben sich auf meinem Schiff der Kranich verschanzt und einen Teil meiner Besatzung als Geiseln genommen die Stadtwache hat das Schiff umstellt aber die Soldaten trauen sich nicht einzugreifen doch ich lasse meine Mannschaft nicht im Stich befreien die Geiseln damit die Stadtwache das Schiff stürmen kann Belohnung 923 Gold genau komm mal zu mir bitte ich bin so und drück mal drück mal aufnehmen wie die Geld für dich aber 15 Gold so hier ist eine große Axt für dich 40 bis 63 Schaden das ist cool und war um und 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 ich weiß man was ich sehe sowieso aus mit Flügelchen eh da der der schön und ich habe die Stuttgart 23 ich meine Rüstung 23 Alter und der Klinik mehr von sich Werker Rüstung 49 kannst du nehmen rechtlich hast du 49 49 Rüstung 49 ja sicherer der Jahre sicher in der Wahl ja vor allem der Aufbau Rüstung war nein Erfahrung pro Gramm Sieg 5,5 plus ich muss ein Attacke neben das ein Attacke plus ein Schildkunde Prozent ja ist klar ja nicht sicher ja wieso nicht unterbrechen als Richtung ja Entschuldigung habe ich noch ein bisschen ab bis dahin Entschuldigung so wollen wir lassen sowohl wo ist denn die Schildkunde die Enten weil kommen wir schon nur ist bei dir auch und da hinten so ein bisschen auf dem Schiff was verschwommen diesen Schutzschild oder so denn das war es schon er hat das heißt dann müssen wir auch uns diesmal hin noch Attacke Attacke das war oder ja mal ich muss kämpfen und erlernen der Kuhlein Jo beim ersten weiter weiter Mälte die Oberbürgermeister ab dem Argel Morgang jetzt kommen auf Schiff wir sind vier Gold für dich und und mein Leben eine eine er ja ich hab ja die wir dachten schon wir würden hier vertreten mannigend dann los ja ich will hier einmal noch einmal um dann wird die Bogenreiber wo 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 hier links sind auch an dem Hafen und da geht doch die Schiffe waren mit dem Kampf woanders umreiten ok aber gute Arbeit ich bin ein ehrlicher Seemann und will dir danken ich bin nicht reich aber ich habe mit meinem Schiff schon so mancher Ferner Küsten Küste manche Ferne Küste angefahren hier nimmt dies meist zum Dank warm tausende einhundert jenst war die Erfahrung bitte ich habe zum Beispiel das Scheiße die Woche wir können zu und weiß ich in der bei mir ist es nur ein Wort Großachs des Ansturms wie sieht gut aus 4.885 80 ich bin fast nicht immer so ein bisschen durch die Häuser durchjahr da war ich bin von Schmiedmann bisschen aber man will das Schmied Apropos Schmied müssen jeder Schmied wenn du in Richtung Prozent da ist es nicht sicher nicht zu tun wenn sie will aber es ist schon scheiße 30 bis 700